Ist cool. Miss Steinberg hat mir damals nur drei Minus. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich Willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Ostborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei, vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet. Von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Hm. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort, zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis, die Ehrenmedaille der Behörde. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Ah, danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln. Aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Ich will sie, was du willst. Runter! Miles! Bist du okay? Miles! Miles! Peter! Komm schon! Peter! Ich bin da. Bleib bei mir. Oh Gott, sehr Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Ich höre dich, bitte! Meine Hand, wenn du dich hörst! Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter! Peter, wach auf! Komm schon! Sag etwas, bitte! Das ist verrückt! Da drüben! Oh Mann! Mama? Mein Herz! Ganz atmen! Schnell! Schnell! Es rutscht weg! Weiß! Mach es! Mach es! Mach es! Alles okay! Drück gemacht, Junge! Bist du okay? Ja! 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 Bist du okay? Mir geht's gut! Mir geht's gut! Ist wirklich alles okay? Ja! Alles gut! Mit mir ist alles okay! Ich bin okay, mein Schatz! Ich liebe dich! Ich muss Dad finden, okay? Nein! Drei! Weiß! Nein! Dad ist da drin! Ich werde ihn fänden! Dad, ich weiß es! Er steht genau hier! Was zum Teufel! Was zum Teufel! Da! Da! Wo wollt ihr denn bitte gehen? Da! 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 Zang Kai! Er ist ein Singles? Nein! 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 Jetzt ist es zu... Hier ist es kein Problem. Hier, Sait, Janine. Wir sehen uns dort, ob wir da leben. Ich muss um die Typen rumgehen. Ich kann nicht rüber. Okay. Oh, okay. Johnny, weil wir immer einen Fall haben. Wieso? Ich habe ihn nicht gesehen. Dad stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Jetzt! Wer ist da? Ich hab dich, Dad. Das tut mir leid. Nein. Nein. Stopp! Nein! Wir müssen weg, jetzt! Dad. 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 Wach auf, Dad. Wach auf. Amen. Amen. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ähm, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Ich, ich... Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit halt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das, das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Was ist mit ihm Es tut mit ihm leid, Chef... ich bin im stress was gibt hast du schon nach martin lee gesucht ich sage dir erst